Die Fahrradklasse ist gestartet hier in der Fernsehalle vom Baselpol. Es geht noch einmal zur Sache, wir haben in jeder Klasse, in jeder Startaufstellung, nicht in jeder Klasse, in jeder Startaufstellung vier Fahrer gelistet gehabt. Die Blue Tanks sind noch einmal auf 1 unterwegs, die Roadrunners auf die 3 Fahrer, die unterwegs sind und die Blue Tanks haben da ganz klar die Nase vor. Die Blue Tanks sind weiter vorne, auf dem Platz 1 zu finden. Die Roadrunners auf dem dritten Platz, mit seinem Gefährt. Es geht rein in die letzte Runde. Die Blue Tanks haben die Nase weiter vorne. Die Reden sind weit auseinandergezogen, hier in der Allradklasse, die Roadrunners auf der 2, die Blacksharks auf dem dritten Platz unterwegs. So schaut es momentan aus. Super Räder sieben für die Blue Tanks. Ganz klar auf Platz 1 über die Zierlinie. Zweites Rennen, Stefan ist dabei.